Im Studio begrüße ich ganz herzlich Professor Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Überrascht Sie das jetzt oder war das wegen dieser acht Jahre, die ja inzwischen vergangen sind, absehbar? Nein, das war zumindest unter der Trump-Administration ganz klar mit Ankündigung. Er hat es angekündigt und es war zu erwarten, dass er es umsetzen würde. Die letzte Frist, die er sich gesetzt hat und gewissermaßen auch den Bündnispartnern, den Europäern, haben, das liegt schon wieder zweieinhalb, drei Monate zurück, die haben die Europäer mit Sicherheit auch nicht unbedingt dazu genutzt, intensiv das, was er gefordert hat, auf Russland zuzugehen, beziehungsweise Druck auszuüben auf Russland, hier eben einzulenken. Insofern war das nur konsequent und damit musste man rechnen. Über die Amerikaner sprechen wir gleich noch, wenn wir das Statement von Mike Pompeo gesehen haben. Was hat die russische Seite zu gewinnen oder zu verlieren? Und wie wichtig ist für Russland tatsächlich eine Aufrüstung, sollte es sie so gegeben haben? Ja, also man mutmaßt ja, es gibt keine endgültigen Beweise, aber zuletzt hat Moskau wohl mehr oder weniger zwischen den Zeilen und stillschweigend auch eingestanden, dass es an der Entwicklung nicht nur gearbeitet hat, sondern mittlerweile sie sozusagen zum Ende gekommen ist, einer neuen Generation von sogenannten SSC-8, Mittelstrecken, Marschflugkörpern. Es gibt eine Vorgängergeneration, die eine Reichweite hat, die noch unterhalb sozusagen des zulässigen Rahmens im Rahmen des INF-Vertrags geblieben ist. Und diese Mutmaßungen, die haben unter der Obama-Administration begonnen. Die Warnungen gibt es seit zehn Jahren, seit 2008. Und Aufforderungen übrigens auch in vielen, in zahlreichen Dokumenten, man sagt von bis zu zwei Dutzend sozusagen, immer wieder Aufforderungen amerikanischerseits durch entsprechende Belege, Dokumente von Russland eine klare Reaktion und Antwort dazu zu bekommen. Dass genügend Beweise vorliegen, darauf ist Russland nie eingegangen. Insofern, Russland modernisiert und rüstet auf unter Putin seit zehn Jahren nunmehr. Sehr, sehr, hat das ja auch sehr, sehr offen eingeräumt. Hat zwar immer die Entwicklung dieser neuen Generation von Marschflugkörpern abgestritten. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass der Verteidigungshaushalt erhöht worden ist. Und wir wissen auch, dass die Nuklearkomponente in der neuen Militärstrategie der Russen wieder eine große Bedeutung gewonnen hat. Dass es sogar also ganz explizit da einen Passus gibt, der sagt, die Möglichkeit einer regionalen Konfrontation in Europa ist auch mit Nuklearwaffen zu denken. Streitkräftemodernisierung ist das eine. Das wird ja auch in Deutschland heftig diskutiert, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber nochmal, welche Ziele verfolgt Russland damit? Also die Ziele sind, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren. Also Abschreckung? Abschreckung ist mit Sicherheit nicht... Kein modernes Szenario mehr, oder? Nein, es ist eher ein Druckmittel natürlich, vor allen Dingen für Russland, also für Russland unter Putin gilt, auf Augenhöhe zurückzukommen mit den Vereinigten Staaten. Das ist völlig klar. Und natürlich gehört dazu auch in der Wahrnehmung, das ist ja das, was man in Moskau in der Regel hört, ihr rückt immer näher, das Bedrohungsszenario ist da, ihr seid diejenigen, welche die uns bedrohen, also müssen wir reagieren. Und da geht man, das ist die alte russische Strategie, sowjetische Strategie auch gewesen, da geht man in die Offensive. Und das haben die Russen getan, nachdem sie auch in der Tat ja viele Jahre den eigenen Rüstungsbereich, die Rüstungsindustrie haben sozusagen modieren lassen. Das muss man nun wirklich sagen. Russland hat lange eben tatsächlich da nicht viel investiert. Und diesen Wechsel, den gibt es seit zehn Jahren unter Putin sehr, sehr massiv. Aber die außenpolitischen, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, Erfolge, Ukraine, Krim, Syrien, zeigt den Russen ja, dass zum einen das westliche Bündnis in einem, ich sag's mal vorsichtig formuliert, schlechten Zustand ist und zum anderen die Amerikaner ja offensichtlich doch größtenteils, zumindest in den letzten Jahren, ein Interesse verloren haben und in andere Richtungen blicken. Warum trotzdem die Nuklearkomponente bei den Russen so weit vor? Es ist völlig richtig und es ist ganz unbestritten, dass ein Ziel von Russland nach wie vor ist. Ich meine, im Grunde genommen kommt die Trump-Administration oder ist die Trump-Administration Putin natürlich zu Pass gekommen. Insofern hat sie gesagt, die NATO ist ohnehin eventuell obsolet und Europa, ich will nicht sagen, tangiert uns nicht mehr. Aber wir haben unsere geostrategischen Schwerpunkte woanders. China ist ganz klar der Nummer eins, ist die Nummer eins, ist vor allen Dingen im Fokus. Nordkorea, Iran sind die nächsten Kandidaten. Europa ist sozusagen, die Relevanz wird nicht gesehen. Und das ist gefährlich. Also für Russland gehört natürlich das auch dazu, zu einer Stärkedemonstration, wir sollten das nicht nur auf Europa beziehen. Wir also innerhalb der Europäischen Union, deswegen rate ich auch dazu, jetzt nicht gleich in Panik zu verfallen und zu meinen, jetzt brauchen wir also entweder die Aufrüstung, die würde ohnehin nicht kommen, jetzt kommt die neue Stationierung. Wir können uns auf der anderen Seite natürlich einer Nachrüstungsdebatte andererseits auch nicht entziehen. Russland geht es um mehr als das. Russland hat eben demonstriert in den letzten Jahren auch mit der Modernisierung seiner Mittelstreckenraketen, seiner Marschflugkörper, im Bereich see- und luftgestützte Raketen, dass es natürlich auch Macht wieder projizieren kann. Das hat es in Syrien bewiesen. Dort sind sie angewendet worden, seegestützte Marschflugkörper, mit einer entsprechenden Reichweite, die tatsächlich eben auch, aber das ist jetzt nicht die Kategorie des INF-Vertrags, da geht es ja nur um die landgestützten. Aber im Bereich see- und luftgestützte gibt es diese Machtdemonstrationen, genauso wie von amerikanischer Seite. Insofern sollte man das jetzt auch nicht wiederum überbewerten. Wir befinden uns in der Tat in einer neuen weltpolitischen Situation und Lage und es ist auch damit verbunden eben das Signal Russlands insgesamt. Wir sind, und nun kann man darüber diskutieren, wir sind nicht nur zurück, sondern wir befinden uns auf Augenhöhe und natürlich wird auch gerne zum Vorwand gemacht, dass unter Trump das stattgefunden wurde. Bei allem Rückzug einerseits der Amerikaner aus der Weltpolitik haben sie auch den Verteidigungsetat massiv erhöht. Und das ist die Wahrnehmung. Und da greifen die alten Muster der Abschreckung sozusagen, der Wechselseitigen, wie sie auch im Kalten Krieg gegolten haben, nach wie vor.